Ja moin moin und willkommen zu einer kleinen Runde Raft. Mit dabei natürlich wieder Marken und Oleg. Grüßt euch erstmal Jungs. Hallo. Ja und wir stecken hier nach dem Abschiss noch an der Insel fest. Wir werden nochmal ganz schnell einmal kurz tauchen gehen und dann werden wir hier auch wieder ablegen. Und uns langsam Richtung den Final Chapter aufmachen. Also von daher vielen Dank für das Einschalten und viel Spaß bei der Folge. Ich bin dann mal tauchen. Ja. Ach der Heister. Geh einmal kurz auf die Insel. Oder obwohl. Ach komm lass ablegen. Wir fahren die nächste an. Dann finden wir schnell noch ein Ziegel. Ich bin dann hier. aber wir bewegen uns auch schon so auf den final chapter zu sehe ich gerade dann lasse ich da uns einfach mal betreiben würde ich sagen schneidet einer das schäfchen das lama hier er habe schon geschnitten ich will haben wir denn jetzt wieder soll ich noch jemanden rucksack bauen ich weiß nicht ich gucke gerade ich habe das eigene gerade rausgeholt habe ich umgekehrt geschmissen ich gucke gerade wurden ja wo lang die unten eigentlich weiß ich nicht da musst du mal gucken drei stück hier liegen sie drinnen also hatten wir jetzt drei sechs brauchen wir noch dreimal schneiden dann kann ich für jemanden noch einen fetten rucksack machen noch zwei rein da Okay. Nein. Die Tarnbahn haben wir gar nicht mehr? Ich weiß nicht, ich muss gucken. In der Kiste sind keine Rüge. Ich habe gerade Kupfer eingeschmolzen. Ich weiß nicht, was ich genau wusste. Ja. Die Tarnbahn ist glaube ich gar nicht mehr da. Schade. ... ... Vielen Dank. 1.100 Meter Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Die wat? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal gerade so fest, ne? Das ist richtig Wie gesagt, sechs Dinger Dann werden wir jetzt vier Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Das Lama kann ja auch recht zügig geschnitten werden, stelle ich mal so fest, ne? Wieso sind hier keine vollen Batterien mehr, wo sind die ganzen Batterien? Hallo? Ja, geh mal unten beim Anker an die Plastikkiste bitte ran. Da müssten vier volle noch drin sein. Ich hab grad keine Ahnung, wo der Anker ist. Da vorne, hier, halt, zurück. 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 Das war's. Kannst du oben noch Bäume pflanzen, wenn du wirst. Ihr könnt mal gucken, ob ihr alle einen heilen Flitzebogen, 30 Pfeile und einen heilen Speer bei habt. Ja, alles ein bisschen, Speer und Pfeile ist alles ein bisschen angeknackst, sag ich mal so. Dann produzieren wir noch zwei, drei Metallspeere. Genau, beim Angeln. Weil die brauchen wir. Weiß ich nicht, Pfeile weiß ich jetzt gar nicht, hab ich gar nicht geguckt. Haben wir auch noch Metallbahnen noch? Äh, ich betal ja. Toll fällt da ja runter, Alter, wenn man da lang geht. Sinn. Sollte. 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 Ja wir steuern jetzt drauf zu. Ich habe ihn mit, wie ich ihn schreien. Ich habe ihn mit, wie ich ihn schreien. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist die gute Insel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ich es nicht mache, sterbe ich gleich. Warte, Scheiße. Hier liegt dein Pfeil, Mann. Das heißt, ich kann mich auch nicht selber treffen, wenn ich nach oben schieße. Nee. Guckt mal nach vorne. Wie nach vorne? Nach vorne. Fahrtrichtung. Was ist da? Guck. Land in Sicht. Kann ich ein Hai treffen? Ist gar kein Hai mehr da, ne? Oh, ist hier ein Loch in der Decke. Wo? Wo denn? Alter, hinten. Wohin? Beim Lama hier. Wasser, Mann. Da bin ich schon durchgefallen. Steckt voll im Bein bei Martin der Pfeil. Yeah. Martin, was sagt dein Ausrüstung? Wie fern? Ja, Landgang technisch. Ist das jetzt die letzte? Das ist das letzte Chapter. Pfeile bräuchte ich. 14 Pfeile habe ich. Guck mal unten in der Kiste. Kommst du jetzt auch mit, Alec? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Kann ich das Lama abschießen? Nee, geht nicht. Sicher? Ja. Wenn ich jetzt drauf schieße? Ja. Stürzt es nicht. Nee. Ich mach jetzt, ne? Ja, mach doch. Mach mehr, man stirbt nicht. Ja, dann stell bitte wieder rein. Rüber springen. Und jetzt eh drücken. Hör auf die Tiere zum Quallen. Ja. Du schwimmst vorbei. Nee. Klar. Nee. Wurde zu gucken. Oh, was hat denn? Unergegend gangene Stadt oder was? Utopia. Oh ja. Wird's utopisch? Du musst lenken. Wir fahren vorbei. Nein. Ich lenke jetzt. Nein. Lass das bitte. Lass das. Ich hasse das. Ich hasse das. Wir fahren richtig. Ich schwimm schon mal rüber. Das halte ich auch für keine gute Idee. Das ist nicht der Staat hier vorne, Olek. Um das Gebäude rum. Ich weiss. Ich weiss. Ich lebe im 8-7-7-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. Es ist keine Sache, dass kein Schlager und an derart. hier neu gebaut aus hier fliegende häuser die sind am haus gebaut guck mal wie ihn oh ja braucht man dafür feile wo sind feile aus feile herstellen kann es doch abstechen die sind in der kiste in der kiste in der kiste in der kiste ist der kiste ist doch wo sind wir in fahrtrichtung kommen kann ich die töten ja die fressen nicht nur nicht so schnell fahren nicht getroffen er läuft aber hin und her das heißt wenn er jetzt zurückkommt alter wie schnell ist der denn jawohl einmal habe ich den keine munition mehr weg ist sie da ist er töte ihn braucht ein paar ja es war noch eine hat noch eine gerannt oder nicht ich glaube ich nicht wenn ich sterbe braucht ihr mich nicht wieder zu überleben doch weil du verlierst sonst items sollt ihr schon drüben ja wir kommen zurück aufs boot tauchen nur große warum hat er die kiste jetzt in der hand verstehe ich nicht weil man damit was bauen muss das ist irgendwie kabel zu machen das kann ich dir mitnehmen oder so sind hier überall türen was kommt man nicht rein stromkabel benötigt flossen stromkabel suchen auf der anderen seite hast du hier schon oben ja gländer mal hoch da kommst du rüber so olek hier ich mach dir mal einen leichten weg aufs boot mit einer kiste ne geht nicht ich brauchst zwei hoch ja manche kisten musst du tragen ne ja andere seite warten ja vielleicht sind die jetzt wieder los die hat mich die beißen dich wir haben voll den hai in die nase geschossen ah jetzt kann man hier mit rüber sliden mit den dingern oder was oh der hai isst mich ich glaube ich stehe komm rüber martin die scheiß hyänen komm doch mal auf die andere seite alter hinter dir kommt noch eine ich hab ein hai in die nase geschossen da ist noch eine jetzt kommt sie weg auf der anderen seite ist eine die läuft aber hier hin und her und kommt nicht hier ran warum beißen die mich aber eine ist weg die ist weg die rennt ja weg tja durch wasser kann sie wohl nicht also okay hier auch raus rüber ne einmal an bord zurück und stromkabel suchen du musst mit kisten hier oben auf das haus wahrscheinlich was hochbauen aber wir müssen einmal kurz aufs boot zurück martin ich brauche mehr wasser ich bin voll also na komm mal trotzdem bitte mach einfach wo ist dein boot wieder hoch das gerade was war das was ist los was ist los so denn da oben einem premium beat kannst du dir einpacken das ist wenn du kurz vor sterben das steht jedenfalls die verloren energie kraft ein mysteriöser einkauf der sich einmal vom tot entkommen lässt mache ich mal eine leitungsfarbe auch ein inventar was ich mache danke wir machen an der stelle erstmal eine kleine pause und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder in dem sinne schon mal vielen dank für das einschalten bis dahin